Mein Name ist Martin Ketzmann von der Alplan Schweiz AG mit einem weiteren Quicktipp für Sie. Sie haben eine schöne Animation gemacht von einem Gebäude und sehen in der Animation bei den Fenstern so komische Linien, die da nicht sein sollen. Auch in der Ansicht oder so sind irgendwelche bizarren Linien in der Gegend, die Sie nicht benötigen. Die können Sie ausschalten über die Bildschirmdarstellung. Hier gehen Sie auf Makrofolien und nehmen die Makrofolie A zum Beispiel mal raus. Okay und Sie sehen schon, die Elemente, die auf dieser Makrofolie waren, werden ausgeblendet. Bitte denken Sie daran, dass Sie die Makrofolie dann wieder einschalten in einem anderen Projekt oder in einer anderen Situation, sonst kann es sein, dass dort Elemente ausgeblendet werden.